In den Ländern Mittelerdes berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron und dem Ring, der ihm die Macht verleiht, die Welt zu knechten. Verschollen seit Jahrhunderten, von vielen gesucht, ist er nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes geraten, das man sich vorstellen kann. Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder mit Dunkelheit zu überziehen. Was muss ich tun? Der Ring muss zerstört werden. Der Ring muss wieder in die Feuer des Schicksalsberges geworfen werden. Das Böse dort schläft niemals. Saurons Streitmacht ist schon unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo! Komm schon, Frodo! Ich kann das nicht alleine tun. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Diese Aufgabe wurde dir zugeteilt. Und wenn du keinen Weg findest, findet ihn niemand. Der Feind hat viele Späer, Vögel, Ungeheuer. Etwas zieht herauf. Ich kann es spüren. Geht runter von der Straße! Versteht euch! Denk immer daran, Frodo. Der Ring versucht zu seinem Herrn zurückzukehren. Er will gefunden werden. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Sie kommen. Wir müssen umkehren! Nein! Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Zurück, ihr Teufel! Wäre all dies doch nie passiert. Du wirst deinen Mut finden. Wenn ihr ihn haben wollt, kommt und verlangt nach ihm. Du kannst nicht vorbei! Drei! ARD Text im Auftrag von Funk